hallo ihr jahre kühler mit rechts herzlich willkommen auf meinem beruflichen kanal hier vorne hatte ich mal ein verkleinendes fnaf vergeben, heute viel besonnen Massacra Adonis 2 Submarine ist ne Demo und ich habe erst vor kurzem Massacra Adonis gespielt ja, New Game Sie sind besagt, was hat die Demo gesagt, ich habe gerade gesagt do not expect any droid killing you what you can expect so is cyber killing you there will be more robots and cameras in the full version ja, New, Enter click here when it's red back to office click here press enter to continue ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße öde, was ist das für ein Dreck? 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 aber sowas von diesem pack ich doch gleich in miese fnaf vergeben ja, da gibt es kein Venom aber er will nämlich jetzt verarschen jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich spiele ja im Fenster Modus und jetzt geht er wieder zurück auf full jetzt geht er zurück auf full jetzt geht er zurück auf full hier 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 ach, das packe ich sowas von in miese rein das könnt das könnt ihr euch nicht vorstellen das könnt ihr euch nicht vorstellen aber sowas von in m hat sich doch der Oberschrott, oder? jetzt mal ehrlich wer braucht so ne scheiße? Hä? Null EM wer braucht so ne scheiße? ihr? mit Sicherheit net, oder? und ich auch net als sagt der Bullett war sein was tu ich mir denn hier an? jetzt sag mal ehrlich ist das ein spiel oder ist keins ne er legt mich am haus aber ich hab's kapiert das spiel ich hab's gecheckt ich bin gehört gott wo es an ne freunde das donis 1 habe ich noch durchgehen lassen aber das hier das schlägt dem fasten boden ich muss mich ja gerade zurückhalten damit ich mich nicht übergeben aber ich kann mich gar nicht übergeben ich bin verhaltensgestört das hat auch beim spiel nichts zu tun aber na mal ehrlich hand aufs hat ich bin auch schon auf der brezels ob der hergeschwommen meinen viele aber mit sicherheit 2 so ein obermauer fuhl da muss ich nur die maus hier drauf machen macht die augen zu dann schaust du mal wieder gemütlich in die kamera lächelt mit dem machen lächeln das geht doch oder aber mir vergeht es doch jesus come on ich könnte es eigentlich euch erlassen oder diese einblendung dann ziehe ich das blöde die blöde hackfäße von dem teil nennen könnte man ja auch machen zur abwechslung du könnt doch mal wieder dahin schauen es ist so unbeliebiger schrott trash yes oh mon am uhr wird vier uhr oder ich röschte jetzt aus ich hasse es wenn menschen schrott und dann noch so lange nächte gut fürs geschäfte hier geht gar nichts mit dem wasserklopfer du vollpfuschtenspiel hier verarsch dich selber du blöde spiel du wirst du neid fuhl 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 die grünsche kann ich auch machen nun doch besser fuhl ja blöde putas maasja ja ja ich ich buche nie mehr was spiel ich die lege scheiße da hängt ja nix bitte alles bei dir behalten wenn du nix besseres rauskommst was soll ich machen soll ich mal den Popel aus der Nase ziehen oder like den Popel aus der Nase ziehen wie was wo no no ja bin ich froh wenn es ich glaub die Schicht geht ja bis 7 oh my head bis 7 am ging es beim ersten Teil bitte nicht da juckt's Köpfle sehr kritisch er legt mich am Arsch es geht bis 7 ich morg schon zweimal nicht mehr ich schlaf ein weckt ihr mich dann die Schicht die Schicht und die Schicht haben wir schon genügend wir sehen ich hab da so ne ganz dumme Vorahnung aber ne ganz dumme dass es bis 7 geht ja 7 oh no was hab ich eigentlich verbrochen Leute könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was hat doch sie verbrochen wir wissen es nicht wir wissen es nicht ich hab mir fällt nichts mehr ein heute was soll ich euch noch erzählen ich habe ich habe ja noch gerade eben habe im fnafgang game aufgenommen und hat mir schon mundfußlich geredet weil die noch länger waren und jetzt noch mal ich kann ja mehr strike ich mache es in den fnafgang von schrode ich bin absoluter scheiß das war mit ich bedanke mich bei euch für zu sehen werde mich freuen wenn ihr wieder einschalten wird auf dem rossi-kanal bitte bewertet dieses video schreibt was hier in die kommentare aktiviere die klugel und weiter du kannst auf den wendelskript drücken press den ht-button und schreibt und schreibt ansonsten genießt mein gespr... genießt das leben mit johle einfach Spaß miteinander verhaut und zum nächsten mal ich sag schon wieder viel geht nicht raus oh johle skype ich sag dir goodbye good night